Ja, hi zusammen! In dem Video möchte ich euch die Lampen vom Juli-Sail vorstellen. Das ist mal wieder ein richtig großer Sail mit einigen Highlights. Und bevor ich euch die Sachen zeige, vielleicht erstmal kurz noch die Infos. Die Sachen wurden mir von Olight für ein Video zur Verfügung gestellt. Und es gibt sie bei dem großen Sommer-Sail mit einem deutlichen Rabatt. Das Datum von dem Sail werde ich euch mal direkt einblenden. Und da das einer von den großen Sails ist, habe ich auch wieder einen Gutschein-Code für euch bekommen. Also mit FRIED5 könnt ihr 5 Euro sparen für Bestellungen ab 50 Euro. Und mit dem Gutschein-Code MM10 könnt ihr 10 Euro bei dem Kauf von einem Marauder Mini sparen. Und es wird auch wieder was zu gewinnen geben. Und zwar wird Olight unter all denjenigen, die während dem Sail was über meinen Affiliate-Link bestellen, 5 Warrior Mini 3 verlosen in einer zufälligen Farbe. Und es gibt auch wieder kostenlose Lampen. Und zwar können Bestandskunden eine i1-R2 Pro in diesem Pinwheel Orange Finish mitbestellen. Und das ist in meinen Augen auch schon das erste Highlight von dem Sale. Auch wenn das in Anführungszeichen nur eine kostenlose Lampe ist. Also gerade mit diesem Finish, finde ich, sieht das wirklich verdammt stark aus. Also die hat es mir echt angetan. Und Bestandskunden kriegen hier so eine i3-T mit dazu. Entweder in Orange mit so silbernen Streifen oder wenn die halt ausverkauft ist, in OD Green. Weiter geht es mit dem zweiten Highlight der O-Lantern Classic Mini. Die gibt es bei dem Sale für 53,96 Euro. Und zwar entweder in diesem Kupferfinish, übrigens alles Metall hier, oder in Grün oder in Schwarz. Wobei es mir in Schwarz am besten gefällt. Also ich finde, das sieht einfach verdammt stark aus mit diesem Kontrast mit dem orangenen Licht und dieser Messingplatte hier. Und wie das so durchscheint. Das hat einfach so einen Steampunk-Retro-Look. Also in dem Fall finde ich die schwarze Version richtig cool oder am coolsten von den Versionen. Aber die haben natürlich alle was. Die O-Lantern Classic 2 Pro ist eine meiner Lieblingsmodelle von Olight. Und die Mini ist sozusagen die geschrumpfte Version davon. Also die Pro hat noch so einen großen Akku hier unten. Und der ist jetzt in dem Fall in diese Alu-Kapsel hinter den LEDs gewandert. Und damit ist sie jetzt gefühlt nur noch halb so groß und halb so schwer. Man hat natürlich dann auch eine kürzere Laufzeit. Das sollte klar sein. Aber die Helligkeitswerte sind fast gleich geblieben. Also die Mini fängt halt hier bei 5 Lumen an. Bei der Pro waren es 10 Lumen. Aber das ist ja mehr oder weniger fast identisch. Oder zumindest kein großer Unterschied. Aber beide gehen dann hoch bis auf 300 Lumen. Und beide haben eine sehr warme LED mit diesem, ich würde mal sagen, feuerartigen oder lagerfeuermäßigen Licht. Also das ist einfach unglaublich gemütlich. Und es erinnert einfach an Lagerfeuer und so ein Stimmungslicht irgendwie. Und das ist einfach irgendwie cool. Ich mag ja warmes Licht allgemein. Und dieses ultrawarme Licht, das ist einfach, wenn man abends auf der Terrasse sitzt und ein Buch liest oder irgendwie ein Kaltgetränk trinkt und dann so ein warmes Licht dabei hat. Also ich finde, da kommt einfach eine angenehme Stimmung auf und man kommt runter. Und ja, irgendwie finde ich das einfach cool und mag das. Ja, und dann habe ich noch eine etwas kältere LED zum Arbeiten. Ich glaube, hier sind 5.000 bis 5.500 Kelvin angegeben. Und bei diesem Licht hier 2.000 Kelvin in etwa. Also so in dieser Größenklasse bewegt man sich da. Also ich würde mal sagen, die 2 Pro ist eher eine Lampe, die man daheim verwendet. Und die Mini eher, wenn man die mal mitnehmen möchte oder wenn man die hier zum Beispiel auch so auf den Tisch stellt. Ich habe die gestern Abend verwendet, als ich noch ein Video vorbereitet hatte. Da hatte ich die Tür offen und wollte nicht, dass irgendwelche Schnacken reinkommen. Und habe halt nur eine kleine Beleuchtung gebraucht, um die Tastatur zu sehen. Und habe das dann einfach so auf diesem Stativ hingestellt. War ein bisschen höher, hat mir die Tastatur ausgeschienen. Ich habe ein bisschen gemütliches Licht gehabt. Also ich habe die dann einfach auf diesem Stativ hier verwendet. Und wenn man die mitnehmen möchte, dann kann man die einfach hier abschrauben. Und hat so eine kleine kompakte Lampe. Oder halt daheim auf diesem Stativ. Also bei mir hat die sich jetzt auf jeden Fall schon durchgesetzt. Ihr seht schon, die gefällt mir einfach richtig gut. Die hat es mir einfach wirklich sehr angetan. Und wenn ihr mehr über die Lampe erfahren wollt, dann schaut ihr euch am besten mal mein Video dazu an. Dann gibt es auch noch ein Messer mit einer wechselbaren Klinge. Das Freeze 4 mit Titangriffen. Und das kostet bei dem Sale 143,96 Euro. Und neben dieser Droppoint-Klinge wird auch noch eine Tanto-Klinge mitgeliefert. Und die kann man dann ganz einfach austauschen, indem man den Daumenpin hier in etwa eine Umdrehung aufdreht. Und dann kann man die Klinge hier einfach rausheben und die andere Klinge einsetzen. Also das ist wirklich leicht gemacht. Und dann schraubt man es hier einfach wieder an. Und was ich mir halt ganz gut hier vorstellen könnte, wäre zum Beispiel noch eine Säge oder eine Pfeile. Jemand hatte bei meinem Video dazu auch einen Kampf vorgeschlagen. Also das ist in der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Vielleicht sogar eine Schere. Titan-Frame-Lock-Folder-Schere. Wäre doch auch irgendwie verrückt. Naja. Also momentan gibt es halt leider nur diese beiden Klingen. Und ich hoffe, Olight bringt da noch ein paar andere Klingenformen raus. Vielleicht auch eine Warncliffe-Klinge. Vielleicht ein Rettungsmesser. Oder irgendwas mit Wellenschliff. Also da wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben. Nur zwei Klingen finde ich zu wenig. Also da sollte es auf jeden Fall mehr Klingen geben. Kleiner Kritikpunkt, den ich hier habe, ist, dass man ein bisschen leicht auf den Frame-Lock drücken kann. Und dann geht es manchmal nicht so leicht auf. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Aber abgesehen davon ein relativ interessantes Konzept. Und wie gewohnt von Kaiser hier tiptop umgesetzt von der Verarbeitungsqualität. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Da habe ich auch schon ein Video gemacht. Das werde ich euch mal einblenden. Und Olight erweitert jetzt auch noch die Jahreszeiten. Edition von der ARC fällt, um die Sommerversion passend zum Sommersail. Also es gab ja schon die Winterversion und die Frühlingsversion und die Ewigkeitsversion aus Kupfer. Und jetzt ist halt die Sommerversion dazu gekommen. Die ist aus Titan und in diesem schönen Blauton. Insgesamt halt einfach eine sehr schmale Lampe. Und trotzdem hat man im höchsten Modus 1000 Lumen. Und es ist auch noch ein Laserpointer verbaut. Also damit ist sie ganz praktisch, wenn man einerseits eine EDC-Lampe dabei haben möchte. Und andererseits halt einfach im Büro gelegentlich mal eine Präsentation halten muss. Oder ein Meeting hat oder wie auch immer. Und dann hat man einfach beides abgedeckt. Und das Ganze in einer Taschenlampe, die relativ kompakt ist, die nicht dick aufträgt. Und auch noch ordentlich Licht bietet. Also da hat man dann keine Kompromisse, was die Taschenlampe angeht. Als nächstes wird es auch noch die Marauder Mini in Blau geben. Für 142,96 Euro. Und vergesst auf jeden Fall nicht meinen 10 Euro Gutscheincode. Bei der Summe lohnt sich das ja. Die Marauder Mini war eines von den Highlights des letzten Jahres für mich. Die kann es da von der Leistung nicht ganz mit der normalen Marauder mithalten. Aber dafür ist sie einfach ein ganzes Stückchen kleiner und leichter. Im Rucksack spielt es vielleicht keine so große Rolle. Aber in der Hand, da merkt man den Unterschied auch ganz deutlich. Und was die Bedienung angeht, man muss erst ein bisschen hier drehen. Dann kann man sie anschalten. Und dann kann man umschalten zwischen diesem Spotlicht und einem Flutlicht. Also das ist wirklich recht leicht umgeschaltet. Einfach diesen Hebel hier betätigen. Und dann sind auch noch farbige LEDs verbaut. Da hat man einerseits eine rote LED. Und auch da kann man die Helligkeit ändern. Dann gibt es noch eine grüne LED und eine blaue LED. Also eine sehr universelle Lampe für alle möglichen Einsatzgebiete geeignet. So, grün, rot, blau, weiß, Flutlicht, Spotlicht. Also die ist wirklich ziemlich universell und von der Größe vergleichsweise noch angenehm. Hat halt auch noch einen relativ großen Akku verbaut. Also das ist schon ein ordentlicher Akku. Einfach eine recht interessante Lampe, wie ich finde. Und auch für einige Bereiche gut geeignet. Ich mag sie einfach ganz gerne. Dann mal zu einer Lampe, bei der ich bis jetzt nicht weiß, was ich von ihr halten soll. Und zwar der Baitin 3 in der Roadster Version. Die gibt es beim Sale für 58,46 Euro. Und als ich die ausgepackt hatte, dachte ich erst, dass die Farbkombi ja furchtbar aussieht. Aber nach ein paar Minuten fand ich sie dann doch irgendwie ganz cool. Also man hat hier so minzfarbene Stellen, eine orangene Stelle in der Mitte. Und hier so eine Art Reifenmuster im mittleren Bereich. Also eine sehr verrückte Farbkombi. Und ich bin da komplett hin und her gerissen. Inzwischen furchtbar und ziemlich cool. Also ich kann mich da einfach nicht entscheiden. Ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr sie findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ich da alleine bin mit meiner Einschätzung. Es ist ja doch ein ziemlich ungewöhnliches Design. Hat auf jeden Fall was. Ich probiere da mal ein paar Makroaufnahmen zu machen, dass ihr das Muster mal erkennen könnt. Also eine sehr ungewöhnliche Lampe. Grundsätzlich kennt man die ja schon. Also im hohen Modus 1200 Lumen. Im niedrigen Modus 0,5 Lumen. Hier vorne übrigens silbern. Also alles in einem sehr komische Farbkombi. Aber trotzdem auch irgendwie ziemlich cool. Also ich weiß echt nicht, was ich von der Lampe halten soll. Ich habe mich bis jetzt nicht festlegen können. Ich habe die Schmerfach in die Hand genommen. Und ich werde die auf jeden Fall auch behalten. Ja, mit dem Clip, den wollte ich noch kurz erwähnen. Also den kann man auch verwenden, um die an der Kappe zu befestigen. Wenn man eine Kappe auf hat, dann kann man die zur Not auch mal als Stirnlampe verwenden. Also eine sehr coole kleine Lampe. Ich mag die Baitin 3 Reihe, wirklich ausgesprochen gerne. Und habe eigentlich fast jeden Tag eine mit dabei. Also eine coole kleine Lampe. In dem Fall in einem recht ungewöhnlichen Design. Dann ein weiteres Highlight. Und zwar den Open Mini. Den gibt es jetzt auch aus Messing. Und da wird er dann mit der Zeit eine gewisse Patina kriegen. So dass dann jeder Stift anders aussieht. Grundsätzlich ist es halt ein sehr kompakter EDC-Stift. Für meinen Geschmack könnte er nochmal einen Zentimeter länger sein. Also ich meine, das geht schon irgendwo. Also liegt schon okay gut in der Hand. Aber einen Zentimeter mehr wäre dann doch irgendwie noch ein bisschen angenehmer. Das ist einfach kein Stift für längere Aufsätze oder so. Aber für Unterschriften oder einen Einkaufszettel oder eine kurze Tagebuchnotiz oder wofür auch immer man so kurze Notizen braucht oder macht. Da ist der wirklich ideal, weil man einfach keinen Grund hat, den nicht dabei zu haben. So kompakt und klein wie der ist. Und in diesem Messing-Finish hier, wenn der dann irgendwann mal eine Patina hat, dann wird es einfach richtig stark aussehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann gibt es auch noch die Perun 2 Mini in Audigrün für 54,56 Euro. Entweder mit einer neutralen LED oder mit einer kalten LED. Da hat man dann die Wahl. Das ist quasi wie eine Baytent 3, nur halt mit einem Winkelkopf. Also da strahlt die LED hier im 90-Grad-Winkel ab. Hier geht das Licht ja direkt vorne raus. Das heißt, man kann die irgendwo hinstellen und dann irgendwo beim Schreiben den Bereich ausleuchten oder beim Reparieren das irgendwie so hinleuchten. Oder hinstellen, dass sie irgendwie den Arbeitsbereich ausleuchtet. Ich verwende die auch manchmal im Keller, wenn ich die dann irgendwo festmache, damit die runterleuchtet und so für verschiedene Sachen. Ein Stirnband wird auch noch mitgeliefert, sodass man sie gelegentlich auch mal als Stirnlampe nutzen kann. Und sie hat auch noch eine rote LED. Also sie hat doch einige Sachen, wenn ich so drüber nachdenke, die sie schon deutlich von der Baytent 3 unterscheidet. Aber so von der Größe würde ich mal sagen, eine relativ ähnliche Größenklasse oder eine EDC-Lampe, die halt doch relativ universell ist, dadurch, dass man sie halt auch als Stirnlampe verwenden kann. Und mit dem roten Licht ist sie halt ganz gut geeignet, um die Nachtsicht zu erhalten. Ich mag trotzdem die Baytent 3 irgendwie ein bisschen lieber. Ich kann euch gar nicht mal sagen, warum. Und dann gibt es jetzt endlich auch das Freeze 1. Wobei ich keine Ahnung habe, was Ola sich dabei gedacht hat. Sie haben nämlich mit dem Freeze 2 angefangen. Also hier die zweite Version. Dann kam die dritte Version. Das hier sieht komplett anders aus. Aber hier Freeze 3. Und dann jetzt bei dem Sale die vierte Version und die erste Version. Also keine Ahnung, was sie sich da bei der Namensgebung gedacht haben. Aber am Ende sind es ja alles nur Namen und die sind ja relativ irrelevant. Also das ist das Freeze 1. Und das kommt mit einer One-Cliff-Klinge. Erinnert so ein bisschen an die zweite Version hier. Die hatte halt hier noch eine Drop-Point-Klinge. Jetzt hier halt die One-Cliff-Klinge. Hier oben eine kleine Daumenrampe. Die ist auch neu. Da bin ich nicht der größte Fan von. Aber in dem Fall ist sie zum Glück relativ dezent. Also die stört mich nicht. Es ist insgesamt auch ein bisschen kleiner. Also ich würde mal sagen, ein ganz kleines bisschen kleiner. Ist nicht wahnsinnig viel kleiner. Ich mache die mal zu und halte die mal nebeneinander. Dann sieht man das vielleicht noch mal ein bisschen besser. So. Also ist ein bisschen kompakter, aber nicht weltbewegend. Beide haben einen Flipper. Beide haben einen Liner-Lock. Beide grüne Alu-Griffe. Beide eine schwarzbeschichtete Klinge. Beide liegen relativ ähnlich in der Hand. Also so groß ist der Unterschied da nicht. Also einen kleinen Unterschied gibt es natürlich schon, aber nicht groß. Hier hinten zum Beispiel die Form ist ein bisschen anders. Aber ich würde mal sagen, wenn man das Freeze 2 hat, dann wird man da keine großen Überraschungen erwarten. Es sind beide top verarbeitet. Beide haben wirklich einen fantastisch guten Flipper, der jedes Mal funktioniert und ordentlich Wumms hat. Bei beiden ist die Klinge zentriert. Bei beiden steht der Liner-Lock früh. Bei beiden hat man überhaupt kein Klingenspiel. Also wie gesagt, wenn man das Freeze 2 schon hat, dann wird man da keine großen Überraschungen erwarten. Eine weitere interessante Lampe ist die E-Mini 2. Die gibt es bei dem Sale für 19,16 Euro. Das ist einfach eine Schlüsselbundlampe, die man anschaltet, indem man sie hier abzieht. Also da ist ein Magnet verbaut und dann kann man die einfach abziehen. Und dann geht sie an bzw. aus. Und hier hinten hinter dieser Gummiabdeckung ist ein kleiner USB-Port versteckt. Damit kann man sie dann direkt aufladen. Das ging bei dem Vorgänger nicht. Und damit hat man einfach eine richtig einfache Bedienung. Aber halt natürlich auch nur eine Helligkeitsstufe. Also die Lampe kommt auf 50 Lumen für in etwa eine Stunde. Halt einfach relativ kompakt. Kann man einen Schlüsselbund machen. Und eine noch einfache Bedienung, also einfach die Lampe hier abziehen. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Und wenn ihr die bei den Bundles seht, dann würde ich da zuschlagen. Für so 1, 2 Euro mehr würde ich die auf jeden Fall mitbestellen. Und als letztes gibt es dann auch noch die Swivel Pro Max in Audi grün für 80,96 Euro. Ich finde die Lampe ist perfekt für Heimwerker. Also als Arbeits- oder als Bastellampe. Im höchsten Modus hat man hier 1600 Lumen. Und dazwischen auch noch einige andere Helligkeitsstufen. Und es ist sogar eine rote LED verbaut, wenn man die vielleicht verwenden möchte, um irgendwas zu signalisieren. Und hinten ist noch so eine kleine, oder es sind vier kleine Status-LEDs verbaut, die dann aufleuchten. Dann sieht man, wie voll der Akku ist. Und das Besondere an der Lampe ist hier einfach, so jetzt blinkt das. Also ich denke, das mit dem Blinken ist halt gut geeignet für Signalgebung bei einer Gefahrensituation oder wie auch immer. Also als Heimwerker-Lampe, Bastellampe, Arbeitslampe ist vermutlich eher die weiße LED hier interessant. Und das Coole ist halt, dass man hier hinten noch so einen Fuß hat. Und den kann man einklappen in verschiedensten Positionen. Rastet er dann ein. Und man kann den auch noch hier drehen. Und hier ist ein Magneter verbaut, drei Stück. Ein Karabiner ist auch noch verbaut. Und ein Stativgewinde. Also man kann die Lampe wirklich in unzähligen Möglichkeiten, oder es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man die Lampe befestigt, hinhängt, was auch immer. Und dann so den Arbeitsbereich ausleuchtet. Man kann die zum Beispiel auch hier, wenn man eine Schnur aufhängt, kann man die auch runterleuchten lassen im 90-Grad-Winkel. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man die verwenden kann. Halt relativ groß, wird hier über USB-C aufgeladen. So, jetzt war ich gerade am Schneiden vom Video und habe gemerkt, dass ich die Warrior Mini 3 vergessen hatte. Schande über mich. Also die Warrior Mini 3 gibt es natürlich auch bei dem Sale für 75,56 Euro. Und hier kriegt man zum Beispiel für 1 Euro mehr die kleine Lampe mit dazu, die ich euch ja schon gezeigt hatte. Das würde ich auf jeden Fall machen. Die Warrior Mini 3 ist der Nachfolger von der Warrior Mini 2. Also links die zweite und rechts die dritte. Und da sieht man schon, dass die wieder ein bisschen kleiner geworden ist, was ich richtig gut finde. Und der Lampenkopf ist auch ein bisschen kleiner geworden. Also da war hier noch ein bisschen breiter. Außerdem haben sie den Annäherungssensor jetzt versteckt. Also hier sieht man den noch. Und jetzt ist er hier drinnen versteckt. Ganz cool gemacht. Und vor allem reagiert er nur, wenn man die Lampe anschaltet. Also wenn ich jetzt hier die Lampe anschalte, dann regelt sie direkt runter. Aber wenn ich sie jetzt hier anschalte und mich dann annähere, dann regelt sie nicht runter. Das heißt, ich habe die Sicherheit, wenn die in der Tasche angeht, dann regelt sie runter. Ohne den Störfaktor, dass sie dann manchmal runter geregelt hat, wenn man das eigentlich gar nicht wollte. Den Clip haben sie auch überarbeitet. Der hat jetzt hier zwei Bügel. Vorher war es einer. Und damit sitzt er etwas sicherer. Wobei ich da auch keine Probleme hatte. Und den Endkappenschalter haben sie überarbeitet. Der ist jetzt hier ein bisschen gerader. Und vorher war halt das Problem, dass da manchmal oder bei manchen Leuten Metallspinne drankommen konnte. Also wenn man da beruflich mit zu tun hat oder da viel mit Metallspinne zu tun hat, dann war das hier halt schwerer zu reinigen. Das sollte jetzt einfacher zu reinigen sein. Und diese drei Füße sind auch weggefallen. Damit steht sie dann auch etwas sicherer. Ansonsten beide 1750 Lumen. Die hier halt im Moonlight-Modus 0,5 Lumen mit 100 Tagen Laufzeit. Das sind so die größten Unterschiede. Und wenn ihr mehr über die Lampe wissen wollt, dann schaut euch am besten mal mein Video dazu an. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Und wie gesagt, wenn ihr was bestellt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate-Link machen würdet. Fünf Leute können ja auch nochmal eine Warrior Mini 3 gewinnen. Und vergesst auch nicht meinen 5 Euro Gutschein-Code. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Konec. Konec. Vielen Dank.